Rechtsformen Österreich Einzelunternehmen Für die Gründung eines Einzelunternehmens benötigt es lediglich eine einzelne Person, welche in weiterer Folge auch als alleiniger Eigentümer des Unternehmens agiert. Die Aufnahme eines Geschäftspartners mit Eigentumsverhältnis ist bei der Rechtsform Einzelunternehmen nicht möglich. Grundsätzlich lassen sich zwei Arten von Einzelunternehmen unterscheiden. Der eingetragene Unternehmer und der nicht eingetragene Unternehmer. Diese beiden Arten von Einzelunternehmen unterscheiden sich vor allem in zwei Punkten. Ein Einzelunternehmer wird grundsätzlich nicht ins Firmenbuch eingetragen. Der Einzelunternehmer hat jedoch die Möglichkeit, sich freiwillig in das Firmenbuch eintragen zu lassen. Erst ab einem Jahresumsatz von einer Million Euro in einem Jahr, beziehungsweise bei mehr als 700.000 Euro in zwei aufeinanderfolgenden Jahren, ist die Eintragung ins Firmenbuch für Einzelunternehmer verpflichtet. Ist ein Einzelunternehmer nicht in das Firmenbuch eingetragen, muss der Einzelunternehmer mit seinem Vor- und Nachnamen auf dem Markt auftreten. Ein Zusatz wie beispielsweise Daniel Neurauter Unternehmensberatung ist jedoch völlig erlaubt. Etwas anders sieht der Sachverhalt bei einem eingetragenen Einzelunternehmer aus. Dieser hat die Möglichkeit, am Markt als Personenfirma, Sachfirma, Fantasiefirma oder aber auch gemischte Firma aufzutreten, muss jedoch den Firmenzusatz EU oder eingetragener Unternehmer anführen. Sehen wir uns dann als nächstes noch die Kapitalaufbringung bei Einzelunternehmen an. Um ein Einzelunternehmen gründen zu können, sind keine besonderen Regelungen gegeben, was bedeutet, dass seitens des Gründers kein Mindestkapital aufgebracht werden muss. Das Einzelunternehmen kann also quasi mit 0 Euro gegründet werden. Nichtsdestotrotz muss an dieser Stelle auch angeführt werden, dass vermutlich doch der eine oder andere Euro für die Gründung benötigt wird. Beispielsweise zum Kauf eines Notebooks, zum Kauf von Waren oder beispielsweise einer Büroerstattung. Wie sieht die Haftung bei Einzelunternehmern aus? Jeder Einzelunternehmer haftet persönlich und unbeschränkt für die Schulden des Einzelunternehmens. Was so viel bedeutet, dass der Inhaber letztendlich auch mit seinem Privatvermögen für die vollständigen oder für die gesamten Verbindlichkeiten des Einzelunternehmens haftig. Es handelt sich eben in diesem Fall um eine sogenannte Vollhaftung. Gehen wir dann noch weiter zum Leitungsbefugnis und zur Kontrolle bei einem Einzelunternehmen. Wie der Name schon sagt, bzw. haben wir es eingangs auch schon gehört, ist bei einem Einzelunternehmer lediglich ein einzelner Eigentümer vorhanden. Aus diesem Grund obliegt die Leitungsbefugnis und die Kontrolle eben auch genau bei diesem Einzelunternehmer und nicht bei weiteren Gesellschaftern oder Ähnlichem. Was aber nicht bedeutet, dass der Einzelunternehmer keine Mitarbeiter beschäftigen darf. Also er kann ganz normal trotzdem Mitarbeiterbeschäftigung beschäftigen. Die Haftung und die Kontrollpflicht obliegt jedoch dem Einzelunternehmer. Und zu guter Letzt beschäftigen wir uns in diesem Video jetzt noch mit der Erfolgsverteilung und der Ertragssteuerlichen Belastung. Grundsätzlich ist hier anzumerken, dass wir ja hier wiederum wie bereits angesprochen nur einen Eigentümer haben und dementsprechend dieser auch vollständig auf den Gewinn oder Anspruch auf diesen Gewinn hat und diesen mit niemand anderen teilen muss. Das Einzelunternehmen als solches unterliegt nicht der Steuerpflicht, sondern die Steuerpflicht liegt beim Einzelunternehmer selbst und dementsprechend muss der Einzelunternehmer für den erwirtschafteten Gewinn des Einzelunternehmens Einkommensteuer bezahlen. Wie hoch die jeweilige Steuerlast für den Einzelunternehmer ist, hängt von der Höhe des Gewinnes ab und von der jeweils dahinterliegenden Tarifstufe.